Lernen mal ganz anders. Bunt, interaktiv und spielerisch. So erfahren die Schülerinnen und Schüler alles zum Thema Erdgas und Umwelt. Der Lernerfolg ist immer das, wenn Schüler überhaupt an eine Ausstellung ranken. Dann haben sie den ersten Lernerfolg. Allein die Tatsache, dass es hier steht, heißt sie tauschen sich aus gegenseitig. Der eine hat das entdeckt, der andere das. Das Urteil der Jugendlichen ein gelungenes Konzept. Und warum? Dass man es auch testen kann, wie es ist. Weil das einfach fürs Allgemeinwissen gut ist. Man kann auch ausprobieren. Das fanden auch die geladenen Gäste gut, die mindestens genauso gerne spielten wie die Kids. Gelegenheit dazu haben jetzt auch alle anderen. Die Jubiläumsausstellung kann man während der Woche von 14 bis 16 Uhr und mittwochs auch noch von 18 bis 20 Uhr testen. Das Thema Umweltbildung ist einfach essentiell für unser Fortbestehen als Region Schwaben, um unseren Industriestandard hier zu sichern. Das ist nicht das einzige Zuckerl für Donauwörth. Die drei Maskottchen sichern nämlich lokale Arbeitsplätze. Ganz toll, Donauwörth ist ja geprägt einerseits durch Hightech-Eurocopter. Und das vergisst man immer wieder. Wir haben auch einen Betrieb, wo manuelle Fertigung, handwerklich, ganz kunstwerklich und gut bezahlt. Seitens der Firma Käthe Kruse Puppen, das ist original hergestellt. Natürlich auch eine tolle Verbindung mit Erdgasschwaben als regionaler Versorger. Für Neudert ein weiterer Grund, mit Erdgasschwaben Jubiläum zu feiern.